Guten Tag, guten Tag. Seid ihr ready, Jungs? Dann würde ich sagen... Drei... Zwei... Eins... Das bin ich. Wie geht's euch? Soll ich meine Maske ausziehen? Jetzt kommen wir mal real, Hugo. Komm mal real. Ey, Leute, das hier ist Hugo. Hugo, wie geht's dir? Bist du aufgeregt? Nein, das ist auch nicht Hugo. Der richtige Hugo ist immer noch da. Ich kann nicht. Er traut sich nicht, Chat. Ihr müsst ihm alle mal irgendwie Mut machen im Chat. Er traut sich nicht. Ist ihm zu aufregend mit so vielen Zuschauern. Ist ihm zu aufregend. Zeig deinen Gött, schreiben die Leute. Er fragt, ob seine Haare gut sind. Ich kann da keine Antwort drauf geben. Was soll ich dazu sagen? Hugo, die Leute sind alle wegen dir hier. Hugo, komm. Der Chat schreibt alles, go Hugo, go Hugo. Soll ich noch einmal Bildschirm ausmachen und du setzt dich hin und dann mach ich an? Okay, Hugo, komm. Nein, ich mach nicht direkt an. Versprochen. Ups. Okay, ich mach Countdown, okay? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Bist du aufgeregt? Ja, man sieht sich ein bisschen. Komm, der ist nicht so an, Hugo, komm. Oh, Junge. Hugo, Alter. Er ist so aufgeregt. Er war die ganze Zeit so aufgeregt. Hugo, ich hab Haarausfall. Ist nicht so schlimm. Komm. Hugo, was denkst du? Wie fühlst du dich? Bist du emotional gerade? Nein. Du bist richtig emotional gerade. Nein. Sag doch mal was. Komm ein bisschen näher. Hast geschafft. Ja. Okay, ich frage dich einfach ein paar Fragen, weil du kriegst gerade nichts raus. Erstmal. Wie geht es dir gerade? Absolut scheiße. Wieso wolltest du dich überhaupt zeigen? Weil ich mich auch so geleakt habe. Wann hast du dich geleakt? Silvester. Da hast du nur deinen Schwanz geleakt. Das war okay. Du meinst dieses Dickpick da? Das kann ich jetzt nochmal zeigen. Ja, kannst du ruhig zeigen, ja. Mach. Chat, ich sag euch was. Ich hab Hugo auch zum ersten Mal heute gesehen und ich dachte, er hat viel schlimmeren Haarausfall, weil immer nur diese Meme-Bilder rumgehen, wo er seinen Haarausfall zeigt. Oder sein Zimmer mit diesen Staubflocken. Ja, ey, bei dir sieht es nicht besser aus. Ja, aber ich zeig es wenigstens nicht. Wenn du so wach, dann will ich was sehen. Der Chat ist zu weit weg. Soll ich den größer machen? Ich bin trotzdem drin. Soll ich schreiben 10 von 10? Erzähl mal, erzähl mal alles jetzt. Erzähl mal die ganze Geschichte. Welche Geschichte? Ja, du bist jetzt gerade hier auf Madeira auf einmal. Ich hab gedacht, du erzählst auch irgendwann. Du bist gerade auf Madeira, was hast du bis jetzt gemacht? Ja, nix. Fliegst du öfter so? Ich war mit zwei Jahren, da war ich einmal. Aber das ist eigentlich das erste Mal jetzt. Du hast richtig glasige Augen, als ob du heuligst. Im Hintergrund wird gehämmert. Perfekt. Wie groß bist du? 1,80. Bist du klein als ich? Ich ja auch. Ja, du bist größer. Guck dir meine Haare an. Ja, die sehen nicht schlimmer aus, als von anderen Streamern. Ja, nennen wir einen, der schlechter aussieht. Kann ich nicht machen, sonst werde ich gebannt. Man darf nicht über andere Streamer schlecht reden. Du bist ein Wichser. Hast recht. Ja, ich hab dich beleidigt. Ich werde dich anzeigen. Okay, das war's mit Hugo. Hey, das League war das letzte Video. Hab mich schlimmer vorgestellt. Genau das gleiche dachte ich auch. Wirklich. Dass ich hässlich aussehe. Nein, also jetzt pass auf. Ich sag dir meine ehrliche Meinung, okay? Ich sag dir meine ehrliche Meinung. Dann kann der Chat ja auch was sagen. Du hast so eine Stimme, als ob du immer so einschlafen würdest fast. Du hast so eine Einschlafstimme. Ja. Und du hast immer so Fotos gezeigt, wo du so übes Haarausfall hattest und wo dein Zimmer so aussieht wie die größte Messi-Bude und du hast so Katana-Schwerter zu Hause. Ich dachte, du bist der größte Weirdo überhaupt. Ich dachte, oh mein Gott, der kommt jetzt nach Madeira und der wird mit seinem Schwert mit dem ich abstechen oder so. Aber, das ist ein ganz normaler Junge, der Hugo. Du musst nicht so aufgeregt sein. Doch. Was ich damit sagen wollte, ist, ich finde, du siehst die sexy aus, Boy. Wow. Das wird jetzt ein bisschen zu erotisch hier. Ich war eben selber richtig aufgeregt, weil Hugo hat so ein Drama geschoben. Er wollte noch so einen Timer machen. Ich sag so 5-Minuten-Timer. Und er so, nee, ich mach normalerweise nochmal 40-Minuten-Timer und dann mach ich den Stream direkt danach raus. Und ich so, das kannst du nicht machen, Digga. Die Leute warten seit 18 Uhr. Und dann so, ja, 20 Minuten, okay. Und dann warten wir diese 20 Minuten und er während der 20 Minuten ist immer aufs Trambolin gegangen, ist hier rumgelaufen und so die ganze Zeit so Panik geschoben. Jetzt ist doch entspannt. Ich muss mal ein Lachen verdecken. Warum? Das machst du auch. Aus Gewohnheit. Ich verdeck mein Lachen nicht, ich verdeckst deins nicht, okay? Okay, Hugo, erzähl ein bisschen was aus deinem Leben. Ich bin mental am Ende. Du bist so aufgedreht. Ja. Die haben dich jetzt eh gesehen. Jetzt kannst du auch chillen. Nee, ich muss gut aussehen. Das ist überraschend so. Ich muss gut aussehen und dann mach... Ach so, so. Das ist normal, dass ich so einen Wutz hier habe. So einen Wutz? Was ist denn ein Wutz? Der hier ist so. Das ist normal. Das ist eine Zwergenwitze. Fühl ich jetzt wohler? Bisschen. Hast du Komplex wegen deinen Haaren? Aber du machst selber so Jokes drüber. Ich dachte, du bist so selbstsicher. Ja, einer hat das erste Mal gesagt, dass ich Haarausfall. Wer hat das gesagt? Irgendeiner. Woher wussten die das? Ich mache ja mal so eine Maske und Sonne. Und dann habe ich halt Depressionen bekommen. Wirklich? Ja. Ich wasche mich die ganze Zeit mit Haarausfallshampoo. Oh mein Gott, du musst dir nicht so gesorgen machen. Ich habe auch einen Kollegen, der hatte mit 20, hatte gar keine Haare noch im Kopf. Aber scheißegal, siehst du Mütze an. Nee, ich kann keine Glatzer haben. Warum nicht? Weil das nicht geht. Würdest du mich mit Glatzer sehen? Klar. Ich kann nichts entstellen. Siehst gut aus. Nee. Du kannst ja nach Türkei Haartranspiration machen. Ich habe eine Anfrage bekommen deswegen. Wirklich? Was? Erzähl, erzähl. Wir hatten eine Business-E-Mail, dass die dir Geld geben, wenn ich bei denen Haartranspiration mache oder jemanden begleite. In der Türkei? Weiß ich nicht. Wie kam die auf dich? Das frage ich mich auch. Deine Zuschauer, die ihn so zugespampt? Ich weiß es nicht. F*** mal, Alter. Ich habe 25 Subs. Oha, wer hat 25 Subs bekommen? Krunker. Ah, Krunker. Ja, musst du doch mal jetzt hier was sagen. Können wir so ein Herz? Bruder, dieser Stream ist homo-erotisch. Kilo hat auch nochmal gerade 10 Subs rausgehauen. Ich bin reich. Kiluminati. Ja, den kenne ich. Junge, okay, sorry. KomponTV. Wir drei haben gerade 5 Subs gekippt. Jetzt bist du aber langsam ein bisschen aufgetaut. Ja, weil ich Geld kriege. Wie habt ihr euch den Hugo vorgestellt? Würdet ihr? Ich kann halt nichts lesen, ich bin blind. Er hat einfach keine Brille, obwohl er eine Brille braucht eigentlich. Ich habe eine Brille, aber ich ziehe sie mir an. Warum nicht? Weil das scheiße aussieht. Hä, aber hast du nicht auch eine? Ja, aber es sieht scheiße aus, deswegen ziehe ich nicht an. Nein. Ich weiß nicht, wo ich die hingelegt habe. Ah, die haben ja immer Tra... Ich weiß nicht, soll ich es holen, geht? Ich hole die gleich. Du musst kurz alleine hier sitzen bleiben. Nein, nein, nein. Doch, du hast Therapie. Ich gehe raus. Ich hole die kurz. Weißt du was, du machst dir viel zu sehr Sorgen, was andere Leute über dein Aussehen denken. Das stimmt. Aber musst du gar nicht. Es juckt keinen. Ja, es haben welche gesagt, wenn ich hässlich aussehe, dann quitten die. Nimmst du was ernst? Heißt doch auch solche Leute, wenn die sowas ernst meinen, sind die lost. Du willst auch nur Bauch zeigen. Darf man auch natürlich Bauch zeigen? Okay. Fang an. Digga, was ist mit dir? Warum willst du Bauch zeigen? Was ist eigentlich mit dir? Ich weiß nicht. Digga, was ist mit Hugo eigentlich los? Das ist krass. Hast du Läuse? Ja. Echt? Ja. Voila. 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 Was echt? Du hast zwar kein Corona, aber Läuse. Ja, jetzt habe ich auch Läuse. Egal, Haare abrasieren. Sind eh weit weg. Mach du. Okay. Mach nicht. Du machst ja so Sorgen, dass Leute nicht gut finden, wie du so aussiehst oder so. Oder du machst mal dein Aussehen so Sorgen. Hast du schon mal im Real Life so Sorgen gehabt? Damals sah ich hässlich aus. Also hässlich, ja. Also du denkst, du bist hübsch? Abgehoben. Abgehoben. Er denkt, er wäre hübsch. Abgehoben. Hast du schon mal irgendwie, keine Ahnung, einen Korb kassiert oder so? Von einem Mädchen oder so? Also ich habe doch keinen Korb bekommen. Nein, aber ich habe auch nicht gefragt. Okay, also warst du schüchtern? Vielleicht. Aber jetzt hast du dich getraut zu zeigen. Guck. Was glaubst du, was jetzt in deinen DMs abgeht, Hugo? Vieles. Du hübsch und sie sehe ich hässlich aus. Sieht aus, als hätte ich eine Glatze mit der Mütze. Sieht aus? Da habe ich auch eine Glatze. Deine Haare sind nicht so schlimm, als man denkt. Du machst selber viel zu viel Drama. Ich weiß gar nicht, wie ich die machen soll. Die sind immer scheiße. Warum hast du dich entschieden, hier das Face-Reel zu machen? Ja, weil G-Time das auch gemacht hat. Machst du alles, was G-Time macht? Nee, aber das war cool. Von der Seite sehe ich richtig scheiße aus. Nee, ich finde, du siehst ein bisschen aus wie jemand, der irgendwie kommt dir bekannt vor. Von der Seite siehst du ein bisschen aus wie Nebel-Nik. Danke, der hat Haarausfall. Ja, deswegen, ja. Darf ich hier streamen? Ja, klar. Okay, ich wollte eigentlich die A-S-Trix machen, aber dann mach ich hier. Machst du Minecraft-Stream? Hast du? Hast du Minecraft? Digga, bist du lost? Ja, du machst schon sein, er wohl hat dich hier gespielt. Junge, deine Hände, die sehen aber auch aus. Deine sehen viel mässlicher aus. Meine ist Haarweger. Das ist wegen dem Dreck, den du nicht abwächtst. Ne, ich war draußen. Und deswegen sind deine Handinnenflächen jetzt gebräunen. Geh ich mal so. Ja, ich geh ja so. Nee, du gehst immer so, damit die schönes Brauen werden. Das mach ich manchmal, wenn die so dick werden. Dann mach ich so und dann geht das Blut so. So, und da. Was? Weiß nicht, was ich meine. Wenn du lange gehst, dann sind die ja irgendwann so fett. Was? Hä, nicht? Wenn du Sport machst oder so und du läufst so. Dann werden deine Hände fett? Ja. Dann ist da so Blut und dann mach ich so. Dann geht's wieder besser? Dann gehen die wieder ins Herz. Wirklich selten sowas Seltsames gehört wie von dir. Nein, nein, nein. Du musst das kennen. Wie, ich muss das kennen? Digga, ich bin alt. Aber ich hab sowas noch nie gehört. Die Finger sind dicker. Nur ein bisschen. Aber da ist, weil dich das Blut da so staut. Du schwingst die ja so. Wie lange gehst du denn so laufen? Ja, ich war ja jetzt wandern gerade. Wie warst du auf Madeira zu wandern? Scheiße. Die Straßen sind wirklich Müll. War natürlich nur Spaß. Klar kenne ich das. Das hab ich nur noch selten. Dann mach ich so. Aber nur, wenn keiner hinguckt. Ja, du hast doch auch Gym. Dann passiert das öfter. Ja, passiert richtig oft. Am Trampolin. Passiert immer am Trampolin. Dann mach ich immer so. Ich spring dann immer so. Frage ihn, was 2 geteilt durch 4 sind. Was ist 2 geteilt durch 4? 2. Okay, klar. Das ist 2. Mhm. Das ist 2. 2 geteilt durch 4. 2. Was war die Aufgabe? 2. Nicht in den Chat gucken. Also, ich erklär es dir einmal. Oh mein Gott. Nein, nein, nein. 0,5. Weil du in den Chat geguckt hast. Frag ihn, wer Smash spielt. Wir haben heute schon Smash gespielt. Erzähl doch mal, wie es war. Ja, du hast auch Small bekommen. Das ist noch mehr gelogen, als die Matheaufgabe von ihm. Ja, wollen wir Tischtennis reden? Tischtennis bist du stark. Aber wir haben unentschieden ungefähr. Du hast voll auf deinen Hintergeschlagen. Hinter die Platte. Und da hab ich gesagt, dann war ich einmal ernst. Dann hab ich so gemacht. Und dann ging das. Tischtennis ist ja nicht schlecht. Sag mir mal ein Adjektiv. Gelb. Warum lachst du? Ich muss nur lachen, weil du so richtig ernst drauf antwortest. Als ob ich so dein Lehrer wäre. Frag ihn, wie viele Bundesländer es gibt. Das sind vier Aggregatzustände. Ja, flüssig. Gasförmig. Fest. Ja, nicht chat gucken. Ich überleg grad, was ist, ob der vierte war dann. Ich weiß grad nicht. Plasma. Plasma? Okay, krass. Ich bin lost. Du bist einfach anders. Mathe nicht so, aber Plasma gut. Mein letztes Mal in der Schule, da hatte ich im Zeugnis eine Eins in Mathe. Aber Rest 5. Was ist hier auf der Erde? Gibt's das. Ja klar. Mit Rolls. Bezüglich der Hauptstadt. Wenn die Aliens kommen, dann müssen die auch wissen, wo die Hauptstadt ist. Du, aber scheiße. Da gibt's nix. Ich hätte jetzt New York gesagt, wegen England. Wie lang war der 30-jährige Krieg? Die Frage ist scheiße. Warum? Ich glaube, ich hab mal 30 gesagt, der 30-jährige Krieg. Aber 29. Ich hab mal 30 gesagt und er meinte, nein, 29. Was sagt ihr? Hat's euch gefallen? Ich find's schön, dass du am Ende mal mehr geredet hast. Finde ich gut. Ich muss ein Bild machen. Was für ein Bild meinst du? Handybild. Wofür willst du das Bild? Twitter. Wert in Hulus Face? Ich mach 30 Grad und du musst dann raten von 1 bis 10. Dann würd ich sagen 9 von 10. Das sagst du nur, dass ich mich besser fühle. Nein, ich find, du bist ein bisschen besser. Aber du hast gesagt, ich bin ein hässlicher Streamer. Nein, das war ein Joke. Du hast mein erstes Mal. Das war ein Joke. Das ist zu spät. Boah, das sieht geil aus. Sehr nice, dann können wir jetzt offline gehen. Tschüss Leute, tschüss. Tschüss Leute, 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 tschüss Leute.